Das heißt, die ich habe. Ey, du musst dir mal überlegen! Ja, hallo, herz. Das heißt, ich brauche einen Moment. Gerade irgendwie mal ein Bier verschüttet. Oh, sehr gut. Hast du eine getränkte Freude über deine Tastatur verteilt? Ja, das ist das zweite Bier in 5 Minuten. Und bei dem Spiel auch besser. Ich hole mir die nächste Runde auch mal was. Weißt du, was für ein scheiß Noob-Team hier? Hallo. Wie schießt du denn? Ach, hallo, wir sind in der Aufnahme, hallo. Ich bin mit Manfred Schaurichthofen. Wird sowieso gleich wieder gelöscht. Wird sowieso gleich wieder gelöscht. Ja, sicher. 3 Sekunden, beide tot. Äh, alle 3 tot. Ja, ich schieße jetzt die SU-Blow-Up und dann greift mich der T25 an. T57 Heavy, bitte Reload auf 50 Sekunden erhöhen. Oder die Penn einfach 100 runter. Der wird doch genervt, Noobody. Mit 8.9 spätestens 9.9. Das wird genervt. Äh, das wurde heute auch bekannt gegeben. Der F55 und der T57 Heavy wird in der Mobilität, Panzerung und hauptsächlich Kanone genervt werden. Nice. Trotzdem in allen drei Faktoren. Da werden die, alle, die Wohlen haben... Ja, alle, die den Fach haben, werden richtig raging, glaube ich. Ja, ne, 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 es ist kein Lämming-Trenz, nur 15 auf einer Seite. Ich fahr spotten. Wenn mir... Ach, ich stehe euch wieder rum. Ich hoffe mal, dass, äh... die einfach das so machen, dass es länger dauert, bis er wieder angeämt hat. ... ... ... ... ... ... ... ... auch fast hat er hat höher als höher als sie ist hier brauchen ja wäre auch ein wer schlechter das nicht hätte ich meine das wäre ja nicht mehr opa und war doch wahrscheinlich schon mal immer noch die amerikaner hat noch nicht mal ein autoloader ich weiß ja die franzosen kein erdung sein möglichen autoloader autoloader okay kann ich sagen dass sie nachkriegsponsoren prototiven oder wenn sie noch und trotzdem wenn es danach geht Prozent Jagdpanzer 100 Erfindung von wargaming gewetiger Erfindung von morgen gewetiger pf in der von morgen noch die wir erinnern Erfindung von morgenen darf sie gern hat Erfindung von morgenen die war nicht mal in Planung jetzt wird auch verarschen fanatic gibt verliert immer noch ein die geblieben zu hoffen mitbekommen 16 fangen und und auch noch schießen ich habe minimal damit gemacht habe mit 400 oder was machte durchschnittlich 440 als hier sechs als normalen aber gut ich muss sagen der Panzer sind nicht scheiße die sich die weil ich heiße nicht aber der macht erst voll umgeben nein ist er nicht riesige Silhouette keine Panzerung und die kann es so scheiße ungenauern war nur das geht gar nicht klar aber sie wenn sie trifft dann macht es so fett schaden ist halt eher eine Selbstverlauf für das war ein Schuss von mir das habe ich hier für Frame Drops und was soll das Festplatte nein Minecraft repeat deswegen vielleicht nein so kann man ändern oder nein was dann keine Ahnung deswegen ja das ist scheiße oder VOT wie gleichen wir wie gleichen wir Alex aus natürlich durch weniger Fremd was die Lecks an das habe denn das man am besten und hier bekomme ich durch Licks keine Rühne wenn du auch wenn du nicht auf einem Sturm und auf einem Sturm wir haben hier nichts wir haben hier noch nicht mal Spotter was wir haben hier er hat wir haben 0 wir haben 0 Wurschen Wurschen Junge mit gestern ist bei jemand zurückkommen wir wollen die letzten Rücken wir wollen hier nicht bis zur Bestie jetzt sind wenn wir zu wollen das sind auch in der Sicht ist echt habe ich nicht gesehen danke für den Hinweis ich bin im Schuss durch mich vor allem das passiert hat man von einem VK auch noch da ist ein Schuss auf mich und vor allem verdammt nur bei die Hälte da oben als er sich nicht gewonnen schottet wieso betrifft mich sowieso nicht die so ungenau gleich plan weg das war nicht die geschützt bin ich nicht getroffen pass auf den 38 na auf der macht dich weg was auf den 38 na auf der macht dich weg habe ich ja so warten 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 ja du brauchst nicht laden sauber ist okay achten auf die deckleuchte ich habe 50er ping aber trotzdem teilweise lex ist geil mit dem server der spartum das ist ein 8 8 ein bisschen wenn es auch gerade jetzt der einzige spieler der keinen da kein hotfix auswählen kann vorgesehen ist noch überflüssig fix ja 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 kann man spieler moment monat mit 80 verschiedene so perfekt die brauchen nur ein patch ja weiß wie der bank was wieder hotfix heißt für acht und acht und acht und ich wahrscheinlich heißt an der optics 8.9 wieder gibt es nicht weil es sollte 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 ich jetzt hier alles auf der ich komme ich komme oh ja mit oh ja der scheine so besser sehr gut sehr gut ja sie ist ertrunken nach mir ist das jetzt ja ich ja ich nehme jetzt kann das denn was das sind ein guter Mann im Bild hieftel 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 ich habe nicht gesehen die hieftel 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 nachher ich muss aber selbst nicht so wie gar nichts gleich nur kreis und herzlichen umsetzen und das plädten gar nicht da hat was sagt wurde zwei karlow und das war und es war so kann nur besser werden nein wir müssen uns auf die split nicht doch oder mit zusammengehen hier warum fährst du im zug wenn du dich splitten möchtest was willst du auf der rechten seite dass die linke seite wo ich einfach ich bleibe in der mitte stehen frame drops verpisst euch mann was du hast fremdops jedes mal mein server leckt mein server vor allem getotzt knallt ganz viele haus du stehst dir ein bisschen offen dafür dass die ne kw tgp haben abgeprallt Autor oder abgeprallt und jetzt ist mir alles schon passiert ok posten wir mal auf die 54 brennst er braucht brauchst du brauchst du nicht brauchst du nicht brauchst du nicht und ein neues feuerlöscher kostet doch tausend von von der reihe draufgegangen kann ich jetzt verstehen der feuerlöscher benutzt wird er eine sekunde später draufgegangen kann ich ja nette gegen die verlieren meine fresse und sie sind immer noch am link und das ist zu ende so sie haben schon verloren oder wie ja ja bei 1 also es ist da passt an satan ja ist gut du kannst ganz gut klinik satan an mann sicher kann es gar nicht mehr ne kann man ja nichts mehr ne kann man ja nicht mehr 54 ist aber ein kleiner sausack ja meint ihr wir müssen dann nochmal zurückführen und defen ach ja du hättest die runde mit deinem kv2 eigentlich bei rng reinpacken müssen weil bei der achter folge kam sowas welche mit dem arti schuss getrackt wo du die arti kaputt geschossen hast und wo du sie noch nicht mal gesehen hast heiß auf east3 wir fahren defen wo ich die was ausgeschaltet hab nochmal die wo du die arti ausgeschaltet hast obwohl du auf die stück geschossen hast oder auf den hetzer da war ein hetzer die kugel fliegt ein hetzer vorbei und trifft eine arti nicht gespottet war so witzig einfach nur und beim äh letzten rng rng ich weiß das war schon öfter dabei das war schon öfter dabei ich äh fahr mal ein bisschen aggressiver ok ja ihr seid so witzig wenn ihr rassistisch äußern gebt ihr seid so cool junge du fühlst dich so geil einfach nur ja da vorne mit judenschwein das ist voll die beleidigung auf jeden fall Schweinmacher bei den Zeilen der Eintritt da aber kann man sich auch so da mit auf hat die zu tun hat mit der Saison von um mit dieser diese sind vor bei den Punkten der wohl judenschwein geschickt wird unser Tief in 50 wobei der Tore war der Tore war es der Tore war es der Verdammt ich habe ich bin am Leben reportet ja egal dass das ist ja nicht gar nicht passiert ist da hinten der Töner 10 E5 mit sehe ich ja ich ja komm daneben oh panther 2 meiner sie ist jetzt auf der Menü warum wir zurückgefahren sind ja ja habt ihr schon oder ja das wird man schaffen deswegen deswegen du so schafft man es nicht wenn du so fährst sorry das ist ein E5 man ja lass ihn doch ich hab das schon ich hab das schon ich hab das schon ich hab das hier schon Ich fahr doch grad auf dem Zug. Wenn du verdeckst, hab ich nur noch den Kopf auf dem Zug. Ich hab noch nichts abbekommen, Matt. Gar nichts. Ja. Und dann auf einmal macht's bumm. Ich bin jetzt da auch. Das ist ungünstig. Ja, deswegen, ja. Panta 2. Boah, ich heiße auch Panta 2, ganz ehrlich. Abpraller? An der Seite vom E-75? Soll ich zurückkommen? Keine Ahnung. Sag mal das. Kannst du machen, wenn du willst. Von links krieg ich ab. Also... 6-600? Da ist das Risiko, dass du umsonst zurückfährst, weil wir es schaffen. Aber wenn du dann... Von was hab ich denn grad 600 damage bekommen? Der Panta flankiert, also. Der T-342 hilft euch. Boah, 900, ey. Die KV-5 kommt bei mir durch, ja genau. Ich komm mal zurück. Ich komm mal zurück. Mr. McGolden. Ich schieb von der Seite vom E-75 ab. Wirkungstreffer. Für 32 HP, mein Glück, ey. Ich muss ein Stück fahren, sonst schieb von der Seite vom E-75 ab. Ich hau eben Z-34 weg. Hat sich erledigt. Oh, ihr feuert dir Gold-Ammo? Nein. Äh. Du kommst mit jedem Schuss bei mir durch, KV-5. Was ist das bitte, man? Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm down. Panther-2 ist tot. Mad-Pusher, warte kurz ein bisschen. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Rushen mich. Ja, ich muss jetzt hier gerade noch hochfahren. Hochfahren. Das ist hier von hinten. War das der D-34-2? Er kommt mit jedem Schuss durch, der KV-5. Geiler Typ, ne? Ja. Jetzt war's das. Kanone ist kaputt. Ja, er war die Art. Warum? Wie konnten wir das verlieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben's noch nicht verloren. Ich auch jetzt da. Ja, doch nochmal, den ist schon durch. Ey, 5. Da kannst du sonst wie gut spielen, aber das... Wenn sie so richtig... Also, sie kann's noch richtig Nubi sein. Dafür haben sie jetzt so gut gespielt. Warum die gut gespielt? Ja, schlecht waren sie jetzt nicht. Unsere haben schlecht gespielt, dafür der Fehler. Ja, warum muss man denn... Warum muss man denn bitte nicht schlecht spielen erwähnen? Also jetzt nicht gegen dich, ne? Aber... Das sollte... Das sollte man im Spiel eigentlich nicht erwähnen müssen. Und in dem Spiel ist es echt... Ja, schon. Sie kann jeden Moment reißen. Sie kann jeden Moment reißen. Alter, hat er gerade echt deine vordere Wandel voll getroffen und nur deine Kette beschädigt und dir 300 Damage gemacht? Hm. Jetzt sehen wir das. Ob der GW... Ob der KV 2... Äh, KV 5. Sie kann jeden Moment reißen. Und... Könntest du jetzt echt noch packen? Nochmal, der muss treffen. Schön. Nee. Nee. Bittens. KV 5 kill ich noch. Warum könnte das jetzt kein One-Shot sein, das ist so typisch. Hatte ich doch gerade eben auch. Ich hab doch auch den Tf 10, Tf 10 mit 30 live stellen lassen. Hm. Schade. Aber wir haben es gut verkauft, oder? Was für ein Gold-Nope, ey? Du hast bei falsch geschrieben, KV 5. Nur so nebenbei. Ich? Nein, er war einfach bei falsch geschrieben. Ja. Ich sag mal nix dazu, ne? 4k Damage, äh, 4,3k Damage, 3,1k Damage, 2,8k Damage. Ja, und jetzt zähl mal bitte zusammen. Wir haben 12.000, also Mad Pusher und ich zusammen. Du hast nochmal, wir haben ca. 17.000 bis 18.000 potenziellen erhaltenen Schaden. Ja. Und nochmal 10.000 Schaden ausgeteilt. Und guck mal bitte unser Team an. Ja. Unser gesamtes restliches Team hat, wenn es hochkommt, 6.000 Schaden ausgeteilt. 6.000? Ja, doch, doch, doch. Weil einer hat 900, vielleicht 7.000, 8.000. Bisschen mehr sogar. Also ich hab, ganz ehrlich, es ist ja nicht schlimm, wenn man in Tier 6 noch nicht so gut ist, ne? Wenn wir in Tier 10 irgendwann... Nein, nein, die haben mehr, wir haben 6, also wir haben insgesamt, äh... Ja, vielleicht 7, 8k ist immer noch wenig, ne? Wenn 3 Panzer... Wir haben 10.000. Wie lange jetzt die einzigen 10er, ne? Muss halt auch berechnen. Wir haben 10.000, die haben 3.000... Unsere ASI hat sich auch nicht schlecht angestellt, kann man auch nicht sagen. 5.000. Aber ist halt... Ey, die haben zusammen genau dasselbe, was wir rausgekommen haben. Ist halt schon übel, wenn der 8er TD von den Franzosen halt mal... Und dann guck mal bitte den KV5 an. 26 Hits, 25 Direkttreffer. Einmal ist er bei mir abgeprallt, das weiß ich. 21 Mal durchgekommen. Und das mit dem KV5. So den Durchschlag von, keine Ahnung, mal im Duschkopf. Jetzt guck dir mal bitte die Person an. Wer? Der KV5? Ja, das mach ich jetzt nicht im Duschklang. Naja, gut. Also... Ja... So läuft Team-Playing all that tanks gar nicht. Er ist richtig schlecht. Danke für's du auch. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis dann, tschüss.